Warum ist für dich Kolping eine Geschichte mit Zukunft? Weil es da ganz viele tolle Jugendgruppen gibt. Also ich möchte in der Zukunft den Menschen in unserer Gemeinde Adolf Kolpings Werte näher bringen. Die wissen wahrscheinlich nicht mehr, was dieser Adolf Kolping überhaupt für uns bewirkt hat. Warum ist für dich Kolping eine Geschichte mit Zukunft? Weil die Kolpingsfamilien in den über 160 Jahren ihres Bestehens sich immer wieder in den Nöten der Zeit angepasst hat. Waren sie auf der Grundlage der Frohen Botschaft Jesu Christi beruht.